fragt euch auch manchmal welche serien schaut jetzt eigentlich die junge generation und wie schlägt sich klassisches tv und social media wir gehen all dem nach und holen uns die serien profis an bord und zwar bei der ctv konferenz 2018 ich werde erstmals heuer durchs programm führen ich freue mich schon sehr auf die aufgabe und vor allem freue ich mich auf euer dabei sein am 8 mai ab 10 uhr an der fh st pölten oder wir live stream auf der standard punkt at wir sehen uns bis bald